herzlich willkommen zum video das ist ein bisschen unerwartet ich habe gestern also heute ist der 17 der erste 2 gestern war der 31 haben wir in creative mode das sonos gespielt und es war einfach zu lustig und euch einfach das video und warum mein gott zwar so knapp schlecht seit niemandem absicht ja 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 ohne von switch überbaut peinlich muss ich mit einem fünf kronen ab wie angeben daneben sechs natürlich schlechtesten gut verein hey ich baue es bitteschön ok das ist ein bissel nein nein ha aber das zählt hey ohne hinter einer Mauer kämpfen oh mein Gott ja weil ich ihn so lange gesessen oh mein Gott du bist ja auch noch da dann ok jetzt habe ich langsam Angst ok ein 90er angeblich soll man keinen Fallschaden bekommen wenn ich davon Fallschaden bekomme Support ich hasse dich Hilfe Hilfe ach war da ne unsicher Bauauf oh bis oh bis oh man oh helf ich komme hier nicht mehr weg nein was habe ich getan ich komme hier nicht mehr weg nein zeig zu wenn man schiebt hier ist ne unsich wahre Mauer ich komme hier nicht mehr durch nein nein ich habe meinen Vorteil zum negativ zum na ah ich bin auf der Unesbach Mauer gelandet ha endlich ach ich habe gewonnen er baut da so kacke typisch mein Bruder ne durchfall in meine Hose durchfall in meine Hose um das benutze ich als Netflix Titel ich bin der Engel der es kommt auch ins video rein ein doch mal so was auch mal nicht nur vorzeit sondern irgendwann muss er runter kommen im entlang aaaaaaah hä was genau der gleiche spruch noch wie ich auch schon verdammt okay ich wollte auf der hexen gehen durchfall in my hose ja flieg schön in die zone es sei mein bruder schießt sich jetzt runter wissen schon dass es ein cooler gleiter ist muss man nicht zeigen habe selber zum gleiter mit den anderen und ich habe sogar nicht getroffen können wir machen dass sie in die gar nicht ja oh mein gott Nein, das liebe ich mir nicht. Ich fahr, ich bin in der Zone. Ah ne, da ist schon die Untermachmauer. Nein, nein, er geht zu mir, ich boxe mit einem mitfallen. Was baue ich hier? Was baue ich hier? Mann! Mann! Ernst? Teppich eingebaut am Baum. Das wird dein eigenes Leben. Ich hab' sogar getroffen! Oha! Oha! Oh, nicht so! Oha! Durchfall in meine Hose. Du lächst eine Pfütze! Ja, ich sag's, damit hatte ich einen Fall. Durchfall in meine Hose. Auf! Und trotzdem noch weiter gefreutet haben und ich dich einfach in der Luft gezeppt habe und ein paar Sekunden danach habe ich mich anscheinend war. Kürze lassen! Sind schön! Pfff! Ich weiß nicht, ob ich glücklich sein sollte oder traurig. Ich kann nicht gekillt werden. Wie viele Runden machen wir eigentlich? Also ich weiß nicht, ob das die 10. Sonde oder so. Passen wir? Moin, eure Kassen hier? Ja! Heute ist wie nur der Mantle! Kassen! Ich will mein Spray-Oken! Äh, ja! Wow! Ich hab trotzdem gewonnen bekommen! Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, lasst gerne positive Bewertung da, abnehm den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!